ja nein es war so knapp das ist aber zu schaffen das ist zu schaffen es ist ja es ist zwar total der falsche lösung der aber wenn es klappt dann sind wir glücklich vielleicht muss einer sie ablenken vorher ja ich bin hinter denen macht sie kalt so tot die hätten wir weg so die brauchen wir noch zum ermorden nein zum auf den dahin legen wo der würfel gerade ist ich glaube nicht dass das funktioniert also ich bin mir auch relativ sicher nein 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 schön wär's ja ja es ist nun mal schlecken ich bin mir nicht sicher aber wenn der ju vielleicht ich weiß nicht der cube ist ja eigentlich leichter als wir würde eigentlich ergo würde er schneller fliegen als wir eigentlich jetzt testen wir das ganze mal aus den tollen kann man weg machen ist mir aufgefallen dass das ding fast so groß wie du ist mir egal weil ich hab's besiegt also bin ich stärker gehst du mal auf die andere seite mit oder ohne ball mit geht er kaputt und so hoch und ja immer diese scheiß fahrer weg erst mal der letzte kraft was runter oder warum ist das so manchmal so ruckelig ich lade maus und weise nix runter da liegt vielleicht einfach ans team oder so meiner verbindung kann es nicht liegen ich meine bei mir hat sich endlich bei neues warum haben wir zwei lage im bürfel aufgenommen aber der nimmt den automatisch auf also können wir wenigstens testen was also so kann ich testen was ich testen will einmal den hier machst du bitte jetzt einmal genau das und dann einmal das portal da und dann einmal da da und hier ne alle haben wir eine kurve wenigstens sagen ja falls der so schnell ist hast du? ja habe ich ok und test beginnt jetzt der kommt aber glaube ich schneller mal gucken und doch nein 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 das ist aber genau die Methode komm mach den mal in der dinge vielleicht können wir den cube erst mit farbe so also mit blauer farbe noch verschmieren und so nee nee dann springt der uns die ganze zeit rum mach den mal kalt mach den tot tut mir leid aber das muss sein und jetzt runter von dem ding auf den knopf auf den knopf und der ist tot äh nein der nicht der auch nicht joa jetzt liegt der da unten äh komm ich mach ihn kaputt wir gucken ob es funktioniert jetzt ich bin großer dinge ne der ist einfach zu langsam ich dachte das wäre die richtige Methode aber oh eh ja ich glaube das ist die Methode um die zu stoppen halt einfach die beste mal so gesehen jetzt interessiert mich auch was es mich bringen würde da rein warte mal kannst du mal genau das nicht machen einmal dahin und einmal ah nee den cube den bräuchte ich jetzt mal oder kannst du mal kurz rüber nee kannst du nicht also könnte ich schon aber ja ja ähm äh ja ich bring dir noch mal grad den cube rüber so und so hausse ach jetzt ist er da oben jetzt ist er oben echt toll jetzt hab ich nicht hingeguckt mach doch mal nein jetzt bloß nicht nichts falsch machen so jetzt kommen wie kommen wir jetzt da hoch ist die frage ja das ja ja so kannst du dich nicht richtig beschleunigen gell bringt dir das was wenn ich dir das gehe rüber spritze warte mal ein gemer auf den knopf damit das teil hier hoch fährt wir genau genau ne bringt doch nichts gehen wir wieder runter oder drauf oder was auch immer wie kriegt man jetzt weil genau da ablauf habe ist ja und warum weil wir die genau dahin gemacht haben muss es auch nicht gehen jetzt ist gerade ein bisschen weggegangen ja ja wirklich dann warten wir mal ein ganz bisschen noch und dann würde es eventuell klappen vielleicht kann ich noch ein bisschen weiter jetzt so so vielleicht ich hab's jetzt ein bisschen weiter nach links gesetzt von mir aus gesehen ja jetzt jetzt brauchen wir anlauf und dann ja und ja yes yes so wo hauen wir das ding ja denn mal hin ähm ich weiß nicht ist das da eine portalwand ne das ist nicht äh kannst du doch Moment ich guck mal grad mit tab äh dreh dich mal ein bisschen und zeig mal was du da so alles ach da muss ich drauf schießen genau sehr gut gucken ja perfekt 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 domatico jetzt kannst du zurückkommen boh bitte lass es einfach so bleiben bitte ich hab keinen Bock das nochmal zu machen ich schmeiß den Cube jetzt weg nein episches nein ich kann's antworten also geh jetzt zurück ne einfach nur nochmal zurück kann ja nichts passieren es sei denn aus irgendeinem Grund geht der Cube kaputt und das wäre ziemlich scheiße so jetzt einmal uns so ausdrücken möchte ja so da hin Moment da unten hin oder ich glaub da und ich hab schon oh du hast richtig gemacht ja ja weil du und wurde alle geschossen das war so nachher erhältst du wieder frei da kommt mich geht zum Ziel jetzt ist ja auch keine blaufarbe mehr nur noch so wenig aber ich bin doof reicht noch reicht noch musst du jetzt natürlich machen ach doch reicht okay der kleinen Fleckblor auf Habe reicht aus übrigens wenn man ihn denn erwischt oh so nach dieser tollen Teamarbeit hoffentlich jetzt einen der letzte Test ist es jetzt glaube ich der letzte möglicherweise nachher dann haben wir es endlich was heißt endlich es macht ja nicht echt Spaß vielleicht haben wir es doch noch nicht weiß es aber ich war noch mal genauso viel wie die ganzen Teile davor jetzt insgesamt man weiß es nicht also ich kenne diesen Teil eigentlich auch nicht ich habe auch davor ja gar nichts gewusst davon ich dachte dieser Coop besteht nur aus diesen Halle diesen normalen Teilen aber ja also den hatte ich schon mal gesehen und ich wusste halt nicht also von diesem Fluff ja neun von neun keine Turrets Gleitgel und Laser also ich wollte euch ursprünglich mit weiteren Tests abhärten aber die Stärkung und beschleunigt sich so einfach wäre wie der allererste Level ähm Tötungsmaschinen herzlichen Glückwunsch der ist einfach nicht drin der Raum mit dem Protokolle sie liegt gleich hinter dieser Kammer irgendwie erinnert mich dieser Test jetzt bisschen haben wir nur so ein ganz ganz winzig kleines bisschen an den siebten Teil aus dem Single-Clayer also der siebte Abschnitt da gab es auch so einen Test da war der Cube auch hier so in so einem Dingens dran da wird er dann blau gemacht ne genau so ich geh mal hier durch was gibt's denn hier ah hier gibt's nen Knopf ich geh da mal hin was macht der denn ah du machst ah ja ich hab's besoffen äh kannst du irgendwie ein Portal du kannst hier hinkommen komm mal hier hin nein wenn ich hier draufgehe ist da ein Halt 1 da kann man die Fahrbahn überschließen wenn du irgendwie komm mal hier hin 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 Vielen Dank.